Hallo, seos und grüß euch zu einer weiteren Folge von Showdown. Mit dabei ist wieder meine wundervolle Frau aus Minora und wir waren auf die Salle unterwegs. Und auf einmal kam noch das andere Bounty-Team vorbei, aber seht selbst. Viel Spaß! Hallo! So, jetzt kommt wieder Pleppo-Silenza-Einsatz. Oh, bist du da Silencio? Ja. Und ich bin die Krawall-Dame! Oh, schade! Da ist alles Silencio mit. Silencio! Barencio! 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 Okay. Verschwendung! Verschwendung! Ich muss jetzt ein bisschen einschießen auf das Ding. Oh, geht schon los. Wo Kopf? Achso. Da ist der Klu. Belohnungsgeld. Uh, ein Sackerl fürs Kackerl. Oh, ich kann den Boss machen. Ich kann ihn machen. Ich kann ihn machen. Ich kann ihn machen. So gieft. Oh, des Jees. Ich hab so gieft, so fänden. Aber warte mal kurz. Jetzt? Ah, jetzt aber. Uh. Oh. Was auch mal gemacht? Wo's auch mal was? Ja, Mann. Kannst du das Pferdschel machen? Denk ja! Oh, glaube ich, den Besuch von Lohresal? Hm, ja, glaube ich nicht. wir werden wahrscheinlich für erst die gehen first cut ist der typ ist darin 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 So, da hättest du für Probleme. Geh, Herr Mann! Ich stelle da Munition auf, weil ich glaube, ich habe was gehört, Richtung Norden. Ich bin mir aber nicht sicher. Oh, Feuerpfeil. Richtung Norden, da kommen sie, die Horden. Ich glaube, ich habe mich getäuscht. Und aus dem Westen werden sie uns mit dem Gift verpesten. Und aus dem Süden werden sie uns mit dem Feuer verblühen. Und die Fenster packen wieder. Awesome. Ich habe mir gedacht, ich schieße da drüben schon mal die Fenster auf. Ich kann noch nichts sehen. Nein, nein, nein! Warte, ich fass! Oh Gott! Das hätte da fast eine gekaut. Ups, das war dumm. Du Rübel! Du Rübel-Omi! Die Feuer-Omi! Die Feuer-Omi! Die Feuer-Omi! Ja, man merkt's! Sie ist das Feuer, in die rüber gedrückt wird. Die anderen werden wir wahrscheinlich nimmer erwischen. Ja, nach dem, was da sitzt und schwitzt. Mhm. Na, wir dann auch sitzen und schwitzen. Ja, wir müssen warten, bis unser Bounty-Jause fertig ist. Ja, 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 ja. Ich schau jetzt auch mal kurz. Oh, sie sind jetzt Richtung 300 gedüst. 300. Das ist, glaube ich, nicht so schlau, wenn wir hintereinander stehen. Ich schau mal kurz, was andere Bounty macht. Die gehen Richtung Reefs, aber wirkt so, als ob sie nach unten gehen. Ich grüße sie. Ich grüße. Hm. Es sind jetzt zwei Teams, eins ist auf Null auch noch. Cool. Also eins ist beim Ausgang Richtung Ash. Cool. Soll man es sonst nach unten ziehen? Oder wird wahrscheinlich schwierig werden, gell? Man kann ja... Ist man ziemlich offen. Ja, die anderen gammeln noch in Reefs rum. Oder wir können es versuchen. Probieren wir es einfach. Ja, dann gibt's den... Und sonst drehen wir halt in das andere Team und dann gibt's halt den Mega-Fight. Dann gibt's den Showdown im Lower-The-Salle. Vielleicht rennt er jetzt in die Dings rein. Ja, die anderen rennen retour von Reefs. Ich glaub, die haben da auch ein bisschen Problemchen. Also wir rennen da in eine fette Party. In eine fette Party. Okay. Jetzt kommen sie. Aber bitte nicht ins Kreiz. 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 Natürlich ist da ein Heiz. Ja, Regner einfach los. Regner. Ja. Wir sind der Wasser-Spagetti. Was ist das? Die Post. Post hab's mir erwischt. Schau kurz noch mal, wo so andere Team ist. So andere Team ist wieder Richtung Darin retour gegangen. Darin. Da schießt schon was auf uns. Ja, ich muss laufen. Oder schießt die auf dich? Ich hab dich getroffen. Ja. Oh, ich bin groß. Ich bin fast down. Die sind auch schon bei mir. Ich schmeiß was. Ich schmeiß die Ablenkung. Eines down. Oh, der andere ist da bei mir. Aua. Jetzt hat's den Bogen nicht gespannt. Also der Bogen ist echt. Der herz scheint. Nein, ich drücke, ich drücke, umschalt zum Ziel und sie ist. Ja, 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 ja. Wir sind schon da drüben bei der Brücke, Richtung Brücke. Okay, ich muss mich kurz heilen. Okay, er geht durchs Wasser durch. Ja. Beim zweiten weiß ich's grad nicht. Oh, scheiße. Der ist auf der Brücke. Oh, fuck. Definit. Der ist da hinten. Oh, boy. Alter, lass mich halt mal heilen, du. Lump, du. Ich brauch Heilung. Oh, Gott. Boah. Okay, das ist ein Satelleriebeschuss da. Ich habe natürlich einen Alert-Trip einbekommen. Scheibe. Scheiß, die waren dann da. Ist Heilung. Hi lol, red ich full. Okay, okay, okay. Also der mit seinem Explosive-Trip da wieder eine Gänze ist. Das sind drei Leute. Oh, bitte. Da hinten kommt jetzt auch was. Das wird der Explosive-Gäsen sein. What hit? Oh, Gott. Treff wieder mit. Oh, scheiß, die wandern. Okay. Sind wir da bei mir über der Straße? Ja. Ja. Ist da hinten vor ein Haus? Scheiße. Die treffen wieder. Ich sehe es. Der eine hat jetzt, glaube ich, kurz mal gekokelt. Das andere Team ist noch in Reefs. Die sind wieder nach hinten gelaufen. Ja, da vorne kommt ein anderes Team, glaube ich. Okay. Ich habe nur mal eine Sekunde. Ich habe noch mal eine Sekunde. Hat hit. Also, ich habe gar keine Sekunde mehr. Ja, ich pushe jetzt. Ist mir jetzt egal. Einer ist da. Okay, das war jetzt Team von links irgendwo. Einer da ziemlich weit hinten ist. Jetzt habe ich auch keine Sekunden mehr. Ist eine Verlies. Rennt dran. Auto wieder ab. Da hinten. Ich loop mal schnell einen von denen für eine Sekunde. Das zweite Bounty Team. Dumm ist der, der dumm ist tut. Das ist gut. Schauen wir kurz rund um. Hinter uns ist nichts mehr. Also, momentan nichts. Da wäre Munition, wenn du brauchst. Ist irgendwo da oben. Da ja. Oh, Scher. Da ist so viel Gemüse. Ich sehe es nicht. Mein Marker tue ich noch kurz. Sorry. Ich drucke immer so langsam, das ist nicht ... sie ist wieder unten gewesen weil trifft er mit der silentzeit überhaupt nicht sie ist leer ich muss meinen prügel nachladen aua oh scheiße willst du Hilfe? nicht, alles gut Oh Gott! Was denn? Zwei Teams dahinten. Also sie rennt genau in andere Teams rein oder was? Nein, sie ist irgendwo da. Ich loot jetzt schnell den einen dahinten noch, wenn sie da weiter weg ist. Ich hab gar keinen Hilfe mehr. Ja, ihn auch nicht. Aber ich krieg halt nur die ganze Zeit anders Zeug. Doch bis das ist so ein Krempel. Ja, oder? Ist da hier irgendwo ein Versorgungswagen? Schau nochmal. Okay, einer ist im Nordwesten und einer ist Richtung... Da wird auch nicht geschossen. Oh, ich sehe ihn. Das ist aber die Felice wieder. Oder es ist auch eine Felice. Jetzt muss die Felice sein von vorhin, weil die eine Pex kommt. Oh Gott! Mit Trididididas! Hier geht auch die Muni aus. Ja, mir eben auch. Deswegen hab ich ja gefragt nach dem... ...Versorgungswagen. Ich hab nur drei Sekunden. Ich hab nur drei Sekunden. Jetzt ist ja wieder mal ein Eiertanz. Da hinten. Da hinten. Hab einer! Andere ist auch da hinten. Die andere ist auch da hinten. Die verließe es da und die andere liegt da. Es ist nur der eine da hinten. Ja, das bounty liegt da. Ich nehm's schnell. Weil du hast das zweite bounty schon, oder? Yes, yes. Ja, ist der Einzige noch. Ist noch der Einzige noch. Yes, yes. Ich schmeiß ich mal was. Ist noch links gelaufen. Ist noch links gelaufen. Ist Richtung Südossen. Sitz da unten in der Mulde. Schmeiß ich mal Jokes hin. Ist nach links gelaufen. Ist jetzt da. Legende. Ist tot. Ist tot. Ich schau noch mal. Tot. Ist clear. Wenigstens einer. Schisch. 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 Eieiei. Was für ein Eiertanz. Das war echt ein Eiertanz. Deine Idee mit dem zusammenziehen. Das war Gold wert. Da liegt die eine für Lies. Schisch. Komm ich rein zu dem Lump. Grüß die Lump. Ja eh. Fast. Und der hat ein Säbel. Commitment. Commitment. Du kennert Loot eh nicht. Ich bring eh es von dis halt. Da hast du den hab ich schon gloot. Und geloodet. So schön geloodet. Wie ich einfach überhaupt keine Heilung bekommen. Ja ich hab auch nichts. Ich hab ja die Alert Trip Mains. Und alles andere hab ich bekommen. Alert Trip Mains. Haferbombe. Ich hab null heal. Ich bin nicht mehr davon kalt. Wo liegt denn da andere Deutsch? Ja ich kann dich nicht mal voll heilen. Weil ich hab keine Heilung zum voll heilen. Sa了. Ich kam zur Meinung." Dann schau ich mich noch mal kurz. Wie sie ist? Was ist das hier? Isterto. Ich? Ist ja jetzt ne coole Runde aber auch. Ja. ich mag das wenn ich stehe bis mir egal aber hauptsache in der runde ist es passiert was ist das bounty aufklauben und ins den halt raus weil halt nichts los ist es halt so langweilig kann mal gut sein dass rauskommst du kriegst coole für das aber richtig aber ich muss jetzt echt sorgen bei mir ist es mit der munition ist echt schon richtig klar bei so einem intensen fight also wenn es jetzt dann noch weniger wert bei die ganzen kiel raus nimmst du das wird es wird schuss das wird echt schuss muss sagen das park ist eigentlich doch weil er ziemlich viele reserven munition hat ja mein problem ist ich habe ans blittings mit mit so ok dann ist scheiße aber das ist auch einmal gift und einmal die ja ich bin eh nicht so sicher ob man das taugt mit dem gift oder nicht weil ich immer dann probleme weil ich dann immer schieße mit der normalen damit ich halt penetrieren kann weißt du ja mit vorher wird es halt dann wieder lustig schieße mit dem gift oder ich habe mir etwas gestorben ok Aber die, die wir gezogen haben, die sind dann perfekt ins andere Team reingerannt. Ja. Ziehen und er ziehen. Yes, yes. Was haben wir denn gekriegt? 858. Oh, die Laune. Das ist so strange. Oh Gott, da ist er. Da war er. Da hängt er noch ab, der Laune. Wie? Sauber. Okay, das ist vor Bolten. Oh, Hanni. Oh, Hanni. Das ist jetzt wieder super. Danke, Hunt Showdown. Ja, oder mach ich das falsch. Also, falls irgendwer eine Idee haben, bitte in die Kommentare. Ja, das passiert mir auch die ganze Zeit. Wenn nur wieder funktioniert es, dann funktioniert es wieder nicht. Da sind die nächsten Raben, die wir uns triggern können. Da kommt, glaube ich, was. Da kommt was. Ja, da hat was geschlagen. Und die Omi ist tot. Und die Omi ist tot. Ah, das war so klar. Ja, Omi, was machst du denn auch? Ich wollte doch jetzt schon was verteilen. Da fliegt Zeug. Ja, das ist mir wurscht. Das ist der Omi Wurst mit Käse. Aber... Nein! Okay. Bist du tot? Ja, ich bin rausgefallen. Weil ich wollte mich vor dich vor dich hinspringen und bin dann drüber gewolltet und runtergefallen. Lol. Sind die da? Ja, klar. Ich werde gelootet. Ich werde gelootet. Komm her, du Sau. Ja, back to the menu. Sollen wir da bisschen ranpusten, das ist langweilig. Wenn wir sterben, sterben wir halt. Du dies, du dies. Was? Der war im Haus. Der war im Haus. Er ist da hinten. Genau da. Genau da. Durch so'n Schlitz durch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der war doch wieder von 10 von 10, oder? Der war doch wieder von 10, oder? Der war doch wieder von 10, oder? Der war doch wieder von 10. Ich glaub die trägt. Oh fuck, mein Waffe ist leer. Kann ich mich sehen. Er lauf heut, lauf heut. Der ist echt laut. Da sitzt auch noch wer drin. Natürlich. Oh Scheibe. Oh Scheibe. Da sind zwei drin, Sherry Fund und Boncho Frau. Ich bin links aus dem Wald auch noch geschossen worden. Sie eskaliert schon wieder. Yes, yes. Okay. Ja, das sind die Zwillige. Who is here? Genau, das habe ich gemeint. Who is here? Oh mein Gott, habe ich die noch mitgenommen? Ja, ich habe sie noch mitgenommen. Das war das Bounty Team. Lol. Mein Wort, adios. So, das war es wieder mit dem milden Ritt. Zum Glück hat Miss Minor ein paar Mal den Arsch gerettet, sonst wäre das ganz anders ausgegangen. Ich hoffe euch hat das Video auch gefallen und wünsche euch hiermit noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.